Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4695 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wer Erfolg haben will, muss manchmal auch bereit sein, nachts zu arbeiten. Das lässt sich oft nicht vermeiden. Wer Erfolg haben will, muss manchmal auch bereit sein, nachts zu arbeiten. Das lässt sich oft nicht vermeiden. Wer Erfolg haben will, muss manchmal auch bereit sein, nachts zu arbeiten. Das lässt sich oft nicht vermeiden. Es ist schön zu sehen, dass es unseren Eltern gut geht. Es ist schön zu sehen, dass es unseren Eltern gut geht. Es ist schön zu sehen, dass es unseren Eltern gut geht. Das ist mein Lieblingsplatz in der Wohnung. Hier kann ich mich ausruhen und nachdenken. Kennst du die Geschichte des afrikanischen Kopfwickels? Kennst du die Geschichte des afrikanischen Kopfwickels? Soll ich sie dir erzählen? Soll ich sie dir erzählen? Kennst du die Geschichte des afrikanischen Kopfwickels? Soll ich sie dir erzählen? Yoga und Meditation sind ein wichtiger Teil meines Lebens. Yoga und Meditation sind ein wichtiger Teil meines Lebens. Meine Bäckerei besteht seit sieben Jahren. Jetzt habe ich zehn Filialen. Meine Bäckerei besteht seit sieben Jahren. Jetzt habe ich zehn Filialen. Meine Bäckerei besteht seit sieben Jahren. Jetzt habe ich zehn Filialen. Gefällt dir mein Hut? Wo kommen diese plötzlichen Magenschmerzen her? Ich habe doch gar nichts gegessen. Wo kommen diese plötzlichen Magenschmerzen her? Ich habe doch gar nichts gegessen. Imker sind für die Pflege und Ernte der Bienenprodukte wie Honig, Wachs und Propolis verantwortlich. Imker sind für die Pflege und Ernte der Bienenprodukte wie Honig, Wachs und Propolis verantwortlich. Imker sind für die Pflege und Ernte der Bienenprodukte wie Honig, Wachs und Propolis verantwortlich. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.